Fast 50 Jahre lang musste man in Deutschland darauf warten, um The Wicker Man, das Original aus dem Jahre 1973, endlich auf Deutsch synchronisiert genießen zu dürfen. Binnenblatt veröffentlicht den Film ab dem 10. Dezember 2021 nach einer aufwendigen Restaurierungsarbeit, was Musik, Hintergrundgeräusche und Ton betrifft. Es mussten neue Sprecher natürlich nach so vielen Jahren engagiert werden und zwar Sprecher, die jetzt nicht hier wie aus der billigsten Porno-Synchro klingen, sondern gestandene Sprecher. Es mussten Teile der Umgebungsgeräusche nachgebaut werden, verfremdet werden, damit sie auch so altertümlich klingen. Auch natürlich die Texte selber dürften nicht zu modern klingen. Man merkt schon, hier wurde sehr viel Herzblut reingesteckt. Deswegen hebt diese Edition sich auch preislich etwas mehr ab, als von den bisherigen Veröffentlichungen, die man in so einer Mediamarkt- und Saturn-exklusiven schicken Piece of Art Box kennt. Wir haben den Film vorliegen, erstmals auf Deutsch synchronisiert in seiner finalen Fassung oder im Final Cut sozusagen. Außerdem haben wir hier noch die Kino-Fassung und den Directors Cut drauf. Also man sieht es, hier wird definitiv einem etwas für sein Geld geboten. Und was genau, das möchte ich euch jetzt mit diesem Video zeigen. Ich hebe das Ganze einmal hoch. Wir sehen, es ist noch original verpackt, also foliert. Wir haben hier unten einen Sticker mit dem FSK-Sticker 16 drauf. Dann haben wir eben den Hinweis, ein Film mit Christopher Lee, Edward Woodward, Brit Eklendt unter der Regie von Robin Hardy. Dann haben wir hier nochmal den Titel. Und hier unten haben wir dann nochmal, was sich denn alles hier drauf befindet auf den einzelnen Disks. Ja, und ein Blu-ray und ein Kompakt-Disk-Logo für eben den Soundtrack. Jo, soviel einmal dazu. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze auf. Vor uns liegen haben wir dann diese schicke Piece of Art Box mit einem fantastischen gezeichneten Artwork. Den Künstler zeige ich euch nachher auf der Rückseite des technischen Datenblattes, weil ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Und bevor ich es verhunze, lasse ich das lieber aus Respekt sein. Gucken wir uns doch stattdessen lieber mal die Box selber an. Ja, die kommt so, es ist nicht weiß, es ist eher so leicht cremefarben. Das gefällt mir ganz gut. Auch die Zeichnung hier sieht fantastisch aus. Unten links haben wir dann den Titel. Wieder mit einer Relief-Lackierung. So leicht erhaben. Ja, fühlt sich sehr gut an. Dann gucken wir uns mal den Spine an. Sehr schlicht und sehr aufgeräumt. Wirkt sehr gut. Hier The Wicker Man auch nochmal mit diesem Relief-Lack versehen. Auch der hier leicht erhaben. Dann haben wir eben die Rückseite. Hier haben wir das angesprochene technische Datenblatt. Ich hebe es einmal nach oben. Ja, und wenn wir hier sehen können, ist das eben eine Special Box. Hier sieht man auch am O nochmal. Hier haben wir die Inhaltsangabe. Also im Film geht es um einen Sergeant, der auf eine abgelegene schottische Insel kommt, wo er nach einem verschollenen Mädchen sucht. Aber die Inselbewohner erschweren ihm das Ganze und behaupten, dass dieses Mädchen eigentlich nie existiert hat. Das Ganze ist eine Mischung aus Kriminalfilm, Horrorfilm und Musical. Hier haben wir dann die Limitierungsnummer 101 oder 0101 sehr schön limitiert auf 1000 Exemplare. Zu den technischen Daten sei gesagt, dass der Film eine Lauflänge von ca. 93 Minuten hat. Wir haben den Film hier in Full HD vorliegen. Außerdem einen deutschen und englischen Ton. Eine genaue Bezeichnung jetzt hier. Info, in welchem Format der Ton vorliegt, haben wir nicht draufstehend. Und dann haben wir eben noch die Hinweise, dass wir als Bonusdisk die Kinofassung mit dem Director's Cut drauf haben und als zweite Bonusdisk dann den Soundtrack. Okay, dann wollen wir mal dieses technische Datenblatt entfernen. Ja, haben hier oben typisch wie immer noch einen Spruch zum Film mit draufstehen. Das ist ja auch etwas, was diese Reihe der Piece of Art Boxen begleitet. So, und genauso können wir uns jetzt mal noch die Verarbeitung hier angucken, sowie die Unterseite der Piece of Art Box mit weiteren Logos hier versehen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns doch mal die inneren Werte an. Hier haben wir wieder diesen Schaumstoffeinleger, der verhindern soll, dass hier alles lose umeinander klappert. Also, das passt. Dann haben wir hier noch ein kleines Bildchen. Sehr schön. Hier haben wir noch eine Synchron-Tafel und hier können wir dann entnehmen, welche Sprecher engagiert wurden, um die jeweiligen Rollen zu sprechen. Also, hier sind ganz bekannte Sprecher mit dabei und da wurden keine Kosten und Mühen gespart, eben um hier eine wirklich vernünftige deutsche Synchronfassung hinzubekommen. So, dann haben wir hier noch weitere Art Cards. Also, das kennen wir so eigentlich nicht aus den Piece of Art Boxen. Finde ich aber ein ganz nettes Gimmick hier. Machen wir mal weiter. Wunderbar. Dann kommen wir zum Booklet. Das sehen wir uns gleich an. Zuerst wollen wir uns aber die Disc angucken und hier fantastisch diese Gestaltung wieder. Also, man merkt es, diese Piece of Art Boxen, wie der Name schon sagt, sind richtige Kunstwerke. Hier haben wir den Final Cut. Ah, schön diese Doppelhalterungen hier, ohne diese Nasen, die vom Anschauen schon abbrennt. Das gefällt mir mit meinen klobigen Fingern natürlich sehr gut. Kommt mir entgegen. Sehr schön. Dann haben wir hier Kino-Fassung und Directors Cut. Und hier drüben haben wir dann noch den Soundtrack. Fantastisch auch hier, dass das mit dem Auge so zusammenpasst. Also, da wird sich wie immer Gedanken gemacht bei Birnenblatt. Das finde ich sehr gut. Und auch der Innenprint kann sich absolut sehen lassen. Vor uns liegen haben wir dann das Booklet. Ja, das ist gedruckt, wie immer bei den Piece of Art Boxen, auf umweltfreundlichem Offset-Papier. Geschrieben wurde der Text von Professor Dr. Markus Stiegelegger. Und hier ist es dann so, dass wir noch gar kein Mediabook von diesem Film hatten. Also, das ist ein komplett neues Booklet, gestalterisch sowie textinhaltlich. Und widmet sich eben The Wicker Man als Gründungsmythos des Volkhorrors. So, was ist Volkhorror? Hier geht es dann auch gleich los mit dem Text. Der ist etwas klein, für meine etwas älteren Augen, muss ich sagen. Aber gestalterisch sieht das Ganze richtig gut aus. Auch die Seitenanzahl sieht hier sehr gut aus. Und wir sehen es, es ist sehr schön und abwechslungsreich gestaltet. Wirkt auch sehr edel und wird dadurch dem Film mehr als nur gerecht. Dann kommen wir hier schon zur Mitte. So schaut das Ganze aus. Der mühsame Weg zur Leinwand. Hier unten haben wir dann auch immer noch, bei welchem Kapitel wir uns befinden, bei der Seitenanzahl stehen. Wir haben schöne Bilder. Hier Christopher Lee mit Regisseur Robin Hardy. Dann geht es hier weiter um die vielen Gesichter des Weidenmannes. Das Erbe des Weidenmannes. Es gab ja auch mal ein Remake. Und hier haben wir noch weitere Hintergrundinformationen. Also man sieht, dieses Booklet bietet einen fantastischen Mehrwert. Außerdem haben wir auch noch die Quellenangaben, so wie das sein muss. Und zu guter Letzt haben wir dann noch den ganzen Text zur Synchronisation. Die ganzen Hinweise, wie aufwendig das alles war. Also, was erwartet dich bei der Piece of Art Box von Birnenblatt, welche ab dem 10. Dezember 2021 veröffentlicht wird? Du hast eine sehr schicke Box mit einem schönen Artwork und einem hier im Relief Lack veredelten Titel. Inhaltlich hast du drei Disks hier. Zum einen hast du den Final Cut vorliegen, zum ersten Mal in Deutschland auf Deutsch synchronisiert. Außerdem hast du die Kinofassung sowie den Directors Cut als Original mit Untertitel vorliegen. Und als dritte Disc hast du noch den Soundtrack mit an Bord. Dann hast du eben noch dieses schicke Datenblatt mit der Inhaltsangabe. Wir haben ein schönes Booklet noch mit am Start, das ich dir so eben gezeigt habe. Dann hast du noch drei Postkarten mit am Start, die ich dir eben gezeigt habe. Außerdem hier noch eine Synchrontafel sowie ein kleines Bildchen und eine Schaumstoffhalterung, damit das Ganze hier nicht lose hin und her wackelt. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir einen guten Einblick gewähren konnte, was dich denn bei der Piece of Art Box zu The Wicker Man erwartet. Wenn ja, schreib es mir in die Kommentare. Lass gerne einen Daumen nach oben da und auch ein Abo, falls noch nicht geschehen. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Auf bald, meine Freunde. Bleibt gesund und Servus.